... für den Allgemeinen, für Nahrung, künstlich in die Höhe getrieben werden und dass der Politik einfach so dabei zuschaut. Das ist wirklich, ich sage danke. So, ich finde es absolut großartig, dass Sie wissen, immer länger und länger wird das so viele Leute zu Wort melden, und wir gar nicht so viele Leute vom Außenverordnergang ihr selbst genug zu sagen haben. Dankeschön. Ich denke, es ist wirklich eine gute Methode, das so zu lösen, weil wir sicher waren, dass jeder hier seine eigene Meinung hat und sich auch gern vertreten möchte. Als nächstes habe ich die Claudia Kasper.